es wird los vielleicht wird so gehüpft von uns vielleicht das können vielleicht auch er hat fast rechtzeitig geschuft aber auch nur fast am besten zu mir hopfen was für ein spiel so gewiss hat das muss man mal fangen den ball die geblasen geblasen natürlich ihr habt besprochen entdeutig das sollte ich nicht zu hüpfen was geht jetzt ab das war klar dass da sowas rauskommt aber panik panik perfekt im lauf wieder das gleiche wieder der andere das läuft nettes bild ich habe keins das okay oh bitte hin oh je der hat doch ganze team da sehr schön aber wir haben ihn aufgehalten leicht aufgehalten den erwische ich nicht den erwische ich nicht den auch nicht an verteidigung der schwachen durchschuss das team ist gut sehr schön socker senpai mit dem bild man meint es nicht besser uralte nie gewechselt wow und das für eine taktik gutes ziel gutes ziel der stürmer den cg ab ja der fake haha So, eingepackt leider. Da geht's, ja. Oh ja, ja. Oh, ich hasse Magneten. Uh, interessant. Nicht so interessant. Ja, vernichtend. Oh, tolle. Fast perfekt angezielt. Das geht ab. Viel. Noch ein Tor. Noch ein Tor. Sehr schön. Das pure Chaos. Jaha. Nochmal. Hey. Die 14 Tür. Da für die Hälfte. Komm weg, sorry. Ja. Und das Baby im anderen Team jetzt. Werde ich's bereuen. Wer weiß. Der wird abfahren. Ach boah, ich kann nicht hupfen. Ich hätte gedacht, dass der mehr Luft hat. Bisschen weiter hupft. boah. Uah. Boah. Fang den. Das war ein bisschen zu fest. und da kommt doch ein tor raus wenig kraft weg weitergelegt die dann mal Da hast du auch noch ein guter Stuhlbad, das ist leicht geklitscht. Aber war ganz wichtig. Ich hätte gedacht, dass eine starke Stange draus gehen wird. Wer denn, wollen wir uns anschauen? Oh, fast, fast, fast Chaos. Ja, das war vorhersehbar. Der Magnet hat auch nichts geholfen, war ein Panic-Click. Ich gebe es zu. Ich muss. Nichts, was ich machen kann. Der Teleport war aber auch gut. Diese Meister macht nicht viel gerade. Bis zum nächsten Mal. Oh ja! 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 Ich werde abheben damit! Ja! Wirklich besonders geil! Aber wir kriegen doch immer nur auf die Fresse! Das geht vielleicht? Ne, der hat den! Oh ja! Okay! Wart nicht! Mit fixen, Kuli! Nicht da gestorben! Da rein? Ne! Aha! Keine Kraft! Guter Gedanke! Aber zu wenig Kraft! Komm mal nicht hin! Oh ja! Was? Wie habe ich denn? Ich stelle es schon wieder drin, oder? Schon geblockt! Eine Mist! Worüber? Wie ist das? Man ein Mist! Oh, ich schaff das hier, aber das schaut schlecht aus. Oh, ich habe einen Bus gefunden, der da, war genialer Fake natürlich, wow, ich hoffe wir können ihn aufgeben, ja. Wir sind totale, ich hätte abteamen sollen, abteamen. Bus, schnell. Oh, no lifer. Und Winky wieder, ist er bei mir, der Winky, ja, ein bisschen bei No-Life, ist er auch bei mir. Schaut schon gut aus, wenn Alas Kanzalwiss war, glaube ich, auch bei der letzten Lettie dabei. Wir gehen jetzt schon immer die gleichen Gegner, guter Start, oje, 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 okay, Winter Juge, jetzt ein Versuch drauf. Oh, ich hätte gedacht, dass ich die andere Faust habe. Oh, könnte gut werden. Hey! Juhu! Drei Leute durchgesetzt. Meiner. Es geht wieder keiner, aber jetzt gehen wir. Oh, ja. Oh, ja. Ah, ja, das hast du schon gemacht. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Passt schon. Oh, tschüss. Wir geh mal, g'scheit in der Kleine. Oh. Oh. Ist der Fake. Oh, der tut weh. Ja. Oh. Oh! Oh, unten durchgezogen. Oh, nicht geblockt. Der wird interessant. Eigentor vielleicht. Oh, na, schade. Ich switche mich doch zurück. Guter Junge der Winky mit seinem schönen Gesicht. So stark für einen Halbjährigen vielleicht. Ich darf das halten. Bin ich im eigenen Gegner-Tor. So im Gegner-Tor nicht im eigenen Tor. Und dort nicht. Spawn ich, ist die Frage. Oh, ja. Oh. Looks like a shot. Von Stabarda. Oh, ja. Oh. Bin ich im Gegner-Tor. Oh. Auf die 2x. Bis zum nächsten Season Pass. Wie kann das? ach nicht schon geblockt ich muss mir mal rechnen ich fast verschätzt ich hasse ein magnet hab ich glaub ich nichts mehr gemacht hab ich auch dumm dran geschaut gegen einen tornado vernichtet ganz hinterher sollte nötig sein aber ich bin nichts interessant defensiv fast überhaupt weichen weichen ausweichen zurückweichen und dann weich sein wo denkt denkt denke ich kann ein mal Oh, Schatz, weiter toppen. Oh, jetzt sieht er noch was. Was? Der ist nicht am Boden drauf gekommen. Vielleicht weiterspielen. Sehr selten. Ach, 7 von 10. Wurscht wird fertig gemacht. Wird nicht alles auf YouTube sein. Der wird auf YouTube sein. Ach, Winky Winky. Bei mir ist gut, das Gesicht, das vertraute Gesicht von Winky. Das mag man. Was für ein Gewaltschuss. Oh, Schussangetäusch. Danke. Faustversteckt. Doppelfaustkombi. Nicht ganz fair eigentlich. Nicht der beste Block, aber er hat seinen Job getan. Oh. Oh. Siehe. Raus. Oh, der Boost. Werde geswitcht. Die Hintergründe sind jetzt vielleicht ein bisschen zu extrem gerade. Ja, auch motivierend. Oh, hätte ich vielleicht doch das Defensive einsetzen sollen. Oh, na, nur geblockt. Oh, okay. Ausgestellte, Session, Session. Rocket League und Anime als Kombi. Macht Sinn eigentlich. Oh, ey. Nicht gedacht, dass er den hat. Uff. Wollte ich gerade loben. Lassen wir mal. Habt nur TeamSpeak. Glaub ich, dass ich nur TeamSpeak aktiviert habe. Ja. 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 Ich hake. Ja. Bleiben wir doch hinten. Oh, ich habe gerade nicht gerechnet, hat das sehr schön gemacht, der Winky Man. Er legt einen Kuss auf die Stirn. Oh, ich habe mich total aufschmeißen, die Konzentration verliere. Eine Chance zu Mast glänzen. War nicht der schlimmste Schuss. Uh, Crystaler. Was? 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 Ne, nur ein Pinch. Ein unglücklicher. Da kann man nichts machen. Was? Ja. Da ist noch was gegangen. Weiß nicht. Das muss ich doch mal anschauen. Lucky Game auf jeden Fall. Ja, okay. Okay. Mal durchgehen lassen. Das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Rückzug. Mal schon gekickt. Uah. Okay. Nicht gedacht, dass da noch was rauskommt. Direkt gegangen doch, oder? Ah. Ah. Die Winkel manchmal. Das ist auf jeden Fall eine Abschlachtung. Oh eh. Nichts sagen sollen. Ja. Ja. Das ist einfach zu lucky der Typ. Ah. Will ich gleich reinschauen. Oh. Ein Mitglied. Wo ist das Vertrauen? Sehr schön. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Baby vernichtet. Da. Oh. Bin ausgeschalten. Recheck bekommen. Von Binky. Oh. Oh ja. Schießt. Leider von uns. Danke für den Switch. Oh. Vielleicht doch nicht der Beste. Oh. Wink. Und roll. Cool. Yeah. Ja. Und sie geben auf. Kann ich nicht verübeln. Mal kurz raus. Audio Tests machen. Dann. Den Rang fertig spielen. And I'll see you in the... ... Okay. Bis zum nächsten Mal.